die vierte klasse hallo alle schüler und schülerinnen wie geht's wir haben heute akkusativ mit possessivartikel possessivartikel was ist possessivartikel wir schauen was ist hier ist mein und dein und meine und deine possessivartikel mein dein meine deine meinen deine das ist aller possessivartikel wir haben und wir sagen das auch zum letzten mal maskulin verta mit artikel der neutral verta mit artikel das feminin verta mit artikel die plural verta mit artikel die plural verta mit mein words mit der das die oder die plural nominativ satz mit ein numerales verb akkusativ mit verben mit akkusativ bestimmten verben ok im nominativ mein und dein was bedeutet mein und dein mein in english mein mein dein jahr mein mein dein jahr mein buch mein mein book dein 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 mein 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 dein 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 mein mein dein 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 Meinen, Deinen. Neutral, mein, dein, auch. Feminin, meine, deine. Plural, meine, deine. Okay, dann Beispiele zu verstehen. 1. Nominativ, das ist mein Radiergummi. Mein, my. This is my eraser. Akkusativ, ich suche meinen Radiergummi. I search for my eraser. Meinen, weil Radiergummi artikel der, der Radiergummi. Okay, dann Mein heft ist deck. Mein heft ist deck. Mein. Okay, Mein. Akkusativ, er nimmt mein Heft. He takes. Nehmt mein Text. Mein Heft, Heftartikel, das. Und nimmt Verb mit Akkusativ. Und auch suche Verb mit Akkusativ. Dann, Deine Kreide ist lang. Deine Kreide ist lang. Akkusativ. Sie braucht meine Kreide. Sie braucht nie. She needs. Braucht niets. Meine Kreide. Kreideartikel, die. Schreiben wir hier meine. Write meine. Write meine. Dann, meine Papier. Meine Papiere. Plural sind hier. Or here. Plural. Akkusativ, ich habe deine Papiere. I have your papers. Plural. Deine. Okay. Das ist der Ende. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Vielen Dank.